Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Montag, den 27. Mai. Mein Name ist Julia Grewe. Zum ersten Mal seit 24 Jahren ist ein französischer Präsident auf offiziellem Staatsbesuch in Deutschland. Zwar war Emmanuel Macron schon öfter zu Besuch, doch dies ist das erste Mal, dass er mit allen feierlichen Ehren vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier empfangen wurde. Mit dem dreitägigen Besuch sollen die engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern betont werden. Australien hat Papua-Neuguinea Hilfe zugesagt, nachdem durch einen Erdrutsch fast 700 Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Schätzungen der UN wurden mehr als 150 Häuser unter Trümmern begraben. Der Erdrutsch ereignete sich in einem abgelegenen Gebiet der Provinz Enga. Einheimische haben mit Schaufelstöcken und bloßen Händen gegraben, um weitere Verschüttete zu finden. Auch internationale Hilfsorganisationen und Regierungsstellen beteiligen sich an der Suche. Ein neuer israelischer Luftangriff hat in Rafah im Süden des Gazastreifens mindestens 35 Tote und Dutzende Verletzte gefordert. Dies ist der zweite Tag in Folge, an dem die israelische Armee Angriffe in der Region führt. Am Sonntag hatte die Hamas mehrere Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert. Die meisten davon wurden jedoch von der israelischen Raketenabwehrtechnologie, dem sogenannten Iron Dome, abgeschossen. Israel erklärte, das Ziel des jüngsten Luftangriffs sei ein Hamas-Gelände in Rafah gewesen und die getroffenen Orte seien nach internationalem Recht legitim. Man wolle aber den Vorfall untersuchen. Erst am vergangenen Freitag hat der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen Israel aufgefordert, alle Militäroperationen in Rafah einzustellen. Das Australian Capital Territory begeht den Beginn der Woche der Versöhnung mit einem Feiertag. Die Woche liegt zwischen dem Jahrestag zweier wichtiger Daten in Australien, dem Referendum von 1967 und dem Mabo-Gerichtsentschluss. Beides sind Schlüsselmomente für die Anerkennung der Rechte und der Geschichte der First Nations. Die sogenannte Reconciliation Week ist in allen Gerichtsbarkeiten von Bedeutung. Aber nur das Australian Capital Territory hat im Jahr 2017 einen gesetzlichen Feiertag eingeführt. In Bangladesch wurden fast 800.000 Menschen vor einem drohenden Wirbelsturm in Sicherheit gebracht. Auch das benachbarte Indien bereitet sich auf den Zyklon vor, der sich über dem Golf von Bengalen bildet. Das indische Wetteramt warnt, dass der Zyklon Remal maximale Geschwindigkeiten von bis zu 120 km pro Stunde erreichen kann. Und zum Sport? Und im Fussball? Nachdem Bayer Leverkusen im April bereits deutscher Meister wurde, hat die Mannschaft von Xavi Alonso jetzt auch den DFB-Pokal gewonnen. Mit dem 1-0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern beendet Leverkusen eine überaus erfolgreiche Saison. Redaktionsschluss für diese Meldungen war 14 Uhr Australian Eastern Standard Time. Redaktionsschluss für diese Meldungen war 14 Uhr Australian Standard Time.